wo bin ich denn? wir? gegeneinander wieder keine ahnung die hört schon die dämliche quatsche von uns so also ich bin hier wurde gesagt wir gehen da unten und dann erstmal kaffee kuchen grenzen hast du dich mit absicht versteckt? wie sieht es denn aus jungs? wollen wir mal probieren hier oben das ding einzunehmen? ne wenn wir hier unten sind gleich hoch rennen kerzengerade hoch rennen und dann hinlegen wo sitzt der? wo ist das? wo ist das? 1, 2, 3, 4 war schon? fertig 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 er hat mich abgeschossen er hat mich abgeschossen er hat mich abgeschossen er hat mich abgeschossen okay schön einer hier auf dem turm einer hier auf dem turm ne ich hab den spielclub raus gehauen kein schuss hier abgesetzt ja berg und ronnie geholt kann los gehen wartet ne ist noch nicht ist noch nicht so weit ready? ne noch nicht ne noch nicht kann los gehen ready? 3 3 2 1 fahr alle nach hinten fahr alle nach hinten 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 Ich krieg's doch direkt immer. Okay! Sorry! Direkt auf die Handfläche, Alter! So, ich muss mal die andere Hülse drin machen. Ich brauch eine andere Hülse. Ich find die eigentlich ganz cool. Ich find die hinten besser. Die, die, die... Die sind in aller Zeiten versaut, sag ich mir. Warum? Die sind alle Hülse, da bin ich einfach nur hinter der Deckung gesessen.